Du wiener von Rita Peetzold, nun kommt die Duschtrieure steht, drum freien sich alle hoher steht. Et ist nicht mehr so viel zu morgen in Huss und Hoff und auch in Jorden. In jeder Wies et ist Advent, wenn det erste Teichlicht brennt. De Kingere, de freien sich sehre, und kieken ever ob de dere. Och, Volknecht Ruprecht kommt ins Huss, und schiet sind klinet Säckel ut. He mut nich eber jodet bringe, se freien sich eber kleine Dinge. Se danket em mit Liert und Wort. He kreit en Schnaps und jiet den fort. Ent nächst du Huss und bringet frede, wo viele andere jude weder. Sehr gut! Gute die Vorschläge. Der kommt mit Liert und Schietz. Die inhalation des Blöds Löchkens, die die Schwierigkeiten einschärgten, die entspricht. Die schienste, die du dich immer wieder.